Hey Ho Freude! Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Minigames mit dem lieben Jesso und Florian! Hallo! 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 Er winkt auf die Aufnahme-Box. Wir legen heute Spiele schnell. Hallo! Ja, ist egal. Wir spielen wie die Gäste! Leute, ich bin wieder der... Oh. Ich bin wieder der oben links gleich. Ja! Mach ihn, du nigger! Ja, ich bin Krampus! 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 Und wir erzählen... Und heute werden wir... Oder ich auf jeden Fall werde ein bisschen... Wir können auch... Ja, der Wolf, aber ich hab keinen Verkauf. Und wir werden... Wir werden ein bisschen... Krampus! Wenn ihr Krampus kennt, dann sagt... Das ist Krampus! Krampus! Ey, das ist auch geil! Einmalen ist Geist von Ebeneezer Scrooge! Oder Ebeneezer Scrooge! Ja, ich weiß! Emelieezer, ne? Kennst du den? Ja, ich kenn das! Emelieezer! Bitte, verlass mich! Ja, das ist so ein... Ja, von... Die Weihnachtsgeschichte! Also, wir können echt nicht singen, aber wir können... Äh... Ein Rapper singen! Spongebob! Ja! Oh, wo sind denn die Tiere? Ich höre mit deinen Mutter! Mit 10 Kilo! Hahaha! Ne, aber... Heute werden wir wahrscheinlich so ein bisschen Fakten über... Martin! Wieso? Die Fakten! 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 Okay! Jetzt drehen wir aber ab, also... Nein, bitte! Mein Vater ist unten! Achso, ja, stimmt! Und ich... Ähm... Heute werden wir wahrscheinlich... Nice! Oh, sei doch mal leise, Alter! Ich will hier was erzählen! Sag ruhig! Nice! Ja, P-Shera! Ich hab auf den falschen... Ich hab auf den falschen Bildschirm geguckt! Guck mal, was ich hier nice hab! Oh, Schärfe 3! Ja, okay, darf ich jetzt erzählen? Ich hab auf den falschen Bildschirm geguckt! Ich dachte, ich wäre oben rechts! Wer ist fertig? Wer ist fertig? Nein! Nein! Ich hab nichts! Nice, Alter! Ich hab nichts! Soll ich dir hier ein Stück kurz drücken? Und Leute, heute werden wir über... Ein paar Fakten über Martin und Jonas sagen... Oh, der toll, dass du ihn an den Donnern nicht sagst! Der! Warum lass... Guck mal, was ich für eine nice Sache hab, Alter! Kannst du mir einfach schwer nur die Schaufel geben? Und kannst du mich mal ausreden lassen? Nein! Ich geb dir ein paar Schuhe hier... Ich hab schon Schuhe! Äh, warte, ich geb dir 5 Äpfel... Und heute werden wir wahrscheinlich... Oh, Digga, seid doch mal ruhig! Ich hab die Regulation... Leute, Leute! Okay! Leute! Darf ich mal jetzt zu Ende erzählen? Wer ist fertig? Ich! Okay, komm her! Komm! Ich mach dich eh kalt! Wer bist du? Krampus? Ja, Krampus und uns! Ich bin wieder der Werbung! Hallo, noch ich! Hey, du hast ja gesagt! Ja, weil ich war in der Kiste, war zu meiden! Ja... Also, und Leute... Heute werden wir ein paar Fakten über Martin und Jonas sagen... von Geilo und Tomato! Fuck! Fuck! Yes! Nice! Fehl ich nicht! Scheiß Teufel! Ich hab jetzt ein Steinschwert! Scheiß Teufel, Alter! Pass auf, Jesse! Das macht Feria! Ich hab die... Ich hab die Regulationsschaufel! Oder wenigstens wenig! Angriffsschaden, Rückschluss 1! Er hat auch ein Steinschwert! Mach doch! Jetzt kämpft! Ja, okay, wir kämpfen jetzt, okay? Nein! Er ist für die nur langsam! Aber außer wenn der Showdown steht! Ja, außer wenn... Außer wenn der Showdown steht! Gibt's da was? Hier vorne! Ja! Nice! Dorn 1! Ja, ich bin jetzt unmusikbar fast, Alter! Na und Leute, heute werden wir uns schon ein paar Fakten über Jonas und Martin erzählen, so sagen. Weil die sind echt richtige... Wie ist jetzt? Kann man das anders sagen? Richtige... Ja! Oder, Leute? Richtige Arsch... Ey, wer will die Vollzapst haben? Ich! Ja, wo? Entschuldigung! Wo bist du? Hier! Er ist der Teufel! Beide brennen schon ab! Nein! Ich habe drei Herzen gewonnen! Nice! Ja, das ist stark, Alter! Wie ihr mit dem Umhang, der so rennt, ist bescheuert! Ja, kack, kack, kack! Scheiße! Scheiße! Und Leute, also... Ihr dürft... Nicht mehr, also... Jetzt bist du noch ein geiler Okulomator drin! Florian, bist jetzt auch noch auf! Ja? Ja, das stimmt! Aber wenn... Ich würde rausgehen an Aura Schlager! Also ist mir egal, aber... Ich gehe da raus, wenn es nicht herausstellt, wenn mein Vater nicht guckt... Ja, wenn das geht, dann gehen wir zu deinem Kanal! Und bis da sind wir noch ein geiler Okulomator... Ah, ja, ok! Und wenn es nicht geht, am Ende, dann müssen wir... Na, mach ich! Oh! Ne, und Leute, ähm... Achtung nach! Mein Liebling! Oh, bitte! Lasst mich mal ausreden! Am liebsten mag ich eigentlich, dass mir wohl... die fünf Truhen auch noch überlaufen sind. Also nicht die Glauben sind, sondern das andere... Was geht? Oh! 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 Ja, ich habe alles eingesammelt! Ja! Leck mal! Alles nach! Nein! Oh! Ich habe alles in der Truhe hier oben! Und Leute, ähm... Mein Vater wird nochmal prüfen, ob das geht jetzt mit TemplerTV, weil vielleicht werden... Warte mal... Die machen drei Attack-Damash und das macht zwei... Also nehme ich die Axt. Leute, vielleicht werden vielleicht werde ich mich mit Florian und Jesse verbünden, halt in Templar TV würde es dann heißen, so eine YouTube-Gruppe wahrscheinlich, wenn mein Vater das halt erlaubt jetzt und ja Oh Oh, er muss nur noch gucken, ob das geht, dein Kanal und wenn es geht, das war ja das Oh Ein Stückchen Zucker Oh Was? Dieser Gold Weißt du Volle, fast Ja Oh nein Ich habe schon eine Holzachse Nice Ich habe mich noch so gerettet Oh, Leute, ich bin oben links Ich mache mich immer mit drei mit hier, also schade Ja, es hat Dornen Feuerbogen, ich habe Feuerbogen Scheiße Ich guck mal in den oberen und der ist vielleicht zwei drinnen Wer will betteln? Ich noch nicht, ich noch nicht Oh Das ist doch kein Brainstaller Außer wenn da so Showdown steht Ja, außer wenn da eine Showdown steht Wo bist du jetzt? Irgendwo? Echt? Ja Oder bist du? Aber es ist noch kein Showdown Also lass mich in Ruhe Ja Ich lasse dich auch in Ruhe Ja Ich fahre jetzt und ich habe Feuerbogen Ja Kamorabogen Oder toll, eigentlich wollte ich ja alleine sein Aber ich muss reinkommen Mensch, oh Oder wenn ich Wer ist bereit? Ich nicht Ich auch nicht Ich suche noch eine Tour hier oben Ey, da ist kein Karpos Der wäre auch Ich bin fast abgekommt Ja, ich bin fast abgekommt Ja, ich bin von mir, aber ich habe keine Karpos Scheiße Oh, da sind Diamanten Gold Ja, ich weiß Ja, ich weiß Hm, richtig Oh geil, die fahren geil durch Was ist das? Eine Holzachse Ich habe eine Holzachse Oh, wieso gibt es hier keine Thronen? Krampus ist der Bestes Komm schon Showdown Bitte Bitte Scheiße Mann, da gibt es keine Thronen hier oben Scheiße, hier gibt es nur Schmack Gibt es hier überhaupt Thronen? Nein, ich habe einen Stecker 1 Bogen Scheiße Und ich habe einen Stecker 1 Trank übrigens Zehn Sekunden Wie macht man die Rüstung ab? Äh, du musst X Und dann einfach A drücken und dann ist sie ab So Einfach wegwerfen dann Da, 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 da So, ich habe jetzt meine Holzstiefel gegen Eisenstiefel ausgefahren Und Leute, ich wollte noch was sagen und bitte lasst mich jetzt mal ausreden, okay? Lasst ihr mich ausreden? Ja? Ja Okay Und ähm Es wird vielleicht bald ein Templar Oh, habe ich das schon gesagt? Ja Okay Wer traut sich zu kämpfen jetzt? Ich Nicht Ich aber nicht Jetzt Showdown Ach, wir sind alle so ruhig Alter, was ist los mit euch? Aber folgt mich gerade jemand Also ich bin hier richtig geil im Versteck Oh, ich weiß wo du bist Scheiße Ich kenn das Irgendwo oben bist du auf jeden Fall, ich weiß wo Kommt einer mal zur Mitte? Nee Kim Kim Da war er doch Nein Oder? Ich seh deinen Namen, roter Teufel Ich seh dich da Ich kann es einfach nicht sehen Komm, Flo Komm, schnell, hier in der Mitte Ja, okay, in der Mitte Scheiße Ich hab' da neben geschossen Ich hab' da neben geschossen Ich hab' da neben geschossen Ich wollte dich mit dem Feuer Oh, ich muss jetzt Oh, fuck, er ist richtig gut gekümmt, Alter Ja, richtig Stärke tragen, Stärke tragen Schnell, Snacks, 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 Snacks Stärke, Stärke, Stärke Was? Scheiße Ich hab' gewonnen Ja, weil du das Beste hast Weil du das Beste hast Weil du ein besseres Equip hast Ich hab' da gestorben Ich hab' da gestorben Ich hab' da gestorben Bist du gestorben? Nein, du standest Ich hab' zum ersten Mal gewonnen, Leute Oh, lai Vor allem der Lack, oder? Oh, ja Ey, dann hätte jeder von uns einmal gewonnen Wenn ich gleich gewinne Richtiger Lack Ja, ne? Aber nach der Runde gleich dann Zum Glück hab' ich gewonnen Ja, nach der Runde Zum Glück bin ich nicht der Außenseiter Zum Glück bin ich nicht der Außenseiter Wie Martin und Jonas Martin und Jonas sind voll die Spatten Meinst du, wie Faustkampf machen? Ja, okay Faustkampf Ohne Essen holen auch Aber fliehen Obwohl Schonzeit gemacht Okay Aber nicht im Team sein Hä? Wieso kann man nicht schlafen? Wenn man wegen Schonzeit Ach und wenn jemand an die Truden geht Dann dürfen die anderen beiden im Team gegen den Ja, und die dürfen dann auch an die Truden gehen Aber jetzt kein Team Ja, kein Team Ich schlag' jetzt auf ihn eigentlich Oh, wieso auf mich? Ich schlag' jetzt auf ihn Na, ich schlag' gerade auf Ja, okay Gut Ich schlag' Rumpf Wer hat den Proz my zeigen? Ich hab drei Hessen nur zweieinhalb ich hab nur zwei Herzen gesetzt ich hab's grad ehemalig ich schlag auf jetzt ein oh wieso nur noch Milch ich schlag ich wechsle mich die ganze Zeit ab jetzt geh ich grad auf jetzt ein oh ich hab Hunger er trinkt hier er trinkt Alter ich verhunger hier gleich ich sterb von alleine wegen Hunger ja aber ich als erstes locker ich auch ich hab eine halbe Hungerkeule Alter ob ihr noch volle Herzen habt ich bin fast K.O. Alter ja schlag auf eigentlich das ist fies wenn jetzt schlag auf Frieden ich bin nicht offen ja ich bin gestorben aber wegen Hunger ihr verstirbt zuerst yes ja doch nicht ich hab gewonnen ey wir haben drei Runden gemacht und jeder Runde hat eine Art und eine andere gewonnen mhm tschau 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 tsch